Oh, ich bin da. Ein aufregender Tag. Mit viel ungeplanten Dingen. Hi, komm, moin. Kurzarbeit. Hallihallo. Heute Rehbach. Ich hab ein bisschen hin und her geswitcht, aber ich dachte, Rehbach heute mal wieder. Taglockentyp. Boi, boi. So, wir legen mal los. Ich glaube, ich gehe erst noch ein Feld abdreschen eben und dann... muss ich... Heu war, glaube ich. Toll. Ich glaube, dieses hier war schon gleich, ne? Hier sieht eben hier aus wie Kraut und Rüben. Einen Hafer brauche ich eh nicht. Können wir gleich verchecken. Suchen wir mal in den Drescher. Hier hatten wir, glaube ich, den roten. Jo. Ayata, moin. So, abgeh, Lucy. So, wie schön, break'n' Trecker führen. Unhappy, was macht das Raumschiffsspiel? Huch? Ne, ein zu früh. Eine zu früh. Ich bin ja gerade wieder an einem anderen Spiel, aber ich kann mit... Ich kann mit... Oh, mal tiefer, ne? So weit weg, sonst. Ich kann mir wieder schon den Namen nicht merken. Ich vergesse den immer. Ach, total toll. Oh. Hä? Ne. Wollte gerade sagen, ich spiele eine Lenkung. Aber wie es auf ein Update von der Grafikkarte war, ja Gott sei Dank nix. Oh, was auch eine gute Idee war jetzt mit dem Dorf hier. Führt mir einfach mal geradeaus rüber. Ich denke mal, von da hinten komme ich da ja auch ran. So. Bisschen Obacht hier. Wobbel, wobbel, wobbel. Ich glaube, hier ist das falsch, ne? Wie war das? Auf der der Sicht der... Müsste andersrum sein, ne? Keine Ahnung. Egal. Die 5 ist das. Uah. Oh, Alter. Krasser Baum. Jetzt weiß ich wieder. No Man's Sky ist, war das. Das ist ja immer nur, wenn ich nach oben gucke. Vielleicht müsste ich mit dem Chat hier nochmal irgendwie, weiß nicht. Also als Tablet beleben oder so. Tanzen, moin. Hi. No Man's Sky spielen wir ja gerade. Vielleicht stream ich das auch mal. Aber es ist total, äh, macht Spaß. Und wo gehe ich denn da am besten ran? Oh, hier ist doch frisch abgelehnt. Dann können wir hier rauf fahren eben. So. Klick. Was denn die aufmacht hast? Das ist so und runter. Äh? Keine Scheiße vorhanden? Wie jetzt? Wird doch auch aufmachen. Mach mal den Drescher auf, jetzt hier. Ach so. Tatsächlich. Verrückt. Mal eben mit einem Eimer Wasser abkühlen. Die Brotsel ist wieder zu lange in der Sonne. Wer? Das wäre der Boi, alter Hase. Jetzt mal wieder hier. Denn, wer jetzt nicht so kommt. Schönen guten Tag. Ja. Oh, lol. Sowas rächt sich. Schraublage anschalten. Ne, ne, mach ich das mal an. Was wir alleine machen, können wir jetzt schon mal Anhänger uns holen. Pressen wir hier auch Ballen draus erst mal. Brauchen wir erst mal alles. Eiskaltes Wasser. Schrei. So eine kleine Sau ist er also. Zwei vorgewendet wird vorrangig hier, ne? Generiere das doch mal. So. Und zack. Los fahr. Dann holen wir uns mal im Treckerrand da. Ja, Start war. Siehst du? Bum, 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 bum. Nehmen wir ihn hier? Ja. Ja. Den Hexler-Sound hab ich mir auch eingebaut, der da rauskam in Bord hab. An den alten Hexler erst mal. Du klingst ganz gut. Ja, na, ist schon toll. Dann werden wir das nächste Mal da Gras mit häxeln. Kann ich auf jeden Fall mitarbeiten. Hat er auch hier ein bisschen leiser gedreht, weil der war doch schon wieder so ein bisschen arg laut für mich. So. So. So, hopp. Der sieht ganz schön kalkig aus. Wer ist denn da gegen gefahren? Scheiße. Der kam von innen eigentlich einen Tick lauter, ne? Der ist mir wieder zu leise. Ich wünsche irgendwas ist auch immer. Roland, moin. Guck sie, moin, hey. Ja. Ja. Mal gucken, wie er da fährt, dass wir uns da richtig hinstellen können, dass er nicht im Weg stehen, ne? In der Vorschau-Garage ist ja ein Güllefass heute rausgekommen. Und die nächsten Tage kommt ja noch was. Doch, ein Güllefass. Mit einem tollen Sound auch drinne. Und Ladewagen. Ladeprofi. Da wurde auch mal nachgefragt. Drei und vier. So, lassen wir den mal hier stehen. Hopp. Die werde ich nämlich auch benutzen. Hopp. Oh, scheiße. Kommt hier nicht rüber. Oh, wie das was. Immer dieser Zentimeter zu hoch, ey. Hopp. So. Hier, da habe ich mich schon hingestellt. Für in 14.000 Liter wieder. Die gibt es ja auch in zwei Varianten. Entweder morgen oder übermorgen. Und den anderen Sound hat er ja auch, ne? Habe ich die richtige Version? In die Scheiße. Habe ich die falsche Version drauf? Und jetzt, okay. Also er hat das schon überarbeitet auf jeden Fall. Habe ich das tatsächlich nicht richtig. Habe ich nicht die richtige Version draufgepackt? Na, egal. Und hier die beiden. Ladeprofi drei und vier. Guck mal, den hätte ich auch noch schmeißen müssen. Jetzt nehme ich jetzt einen Pack. Welchen habe ich? Habe ich den da? Ne. Ich denke mal, hier will ich den Dreier fahren. Das ist toll, ne? Moin, Jonas. Ich bin so in der Vorräte lediglich. Ja, morgen, übermorgen, Fruscherkage. Einen Tag kommt das Fass. Und den anderen Tag die Ladeprofis. So. Pressen wir den Kram denn schon gleich? Ja, aber. Jim, Jim, Jim. Welchen nehmen wir denn zum Pressen? Wollen wir mal gucken, ob der IAC das zieht. Oh, die Fresse ist schon mal eben her. Wow. Haha. Toja, ein Heu wollte ich auch als Ballen machen. Und dann mal, guck mal mal. Ey, Patti, moin. Na? Hast du einen schönen Samstag bis jetzt? Ja, war's gut. Und deiner? Aufregend. Jetzt muss ich noch so ein bisschen... Friedhof. Bei Oma und Opa ist das gerade eingesackt. Da muss so bearbeitet werden und dann... Musst du ihm noch schwer schleppen. Aber hey. War sonst toll. Weg da! Weg! Was ist mit den Viechern? Hier ist der Bier vielleicht aber auch. Immer noch ein Bier. Eins. Vielleicht trinken wir nicht. Das heißt, sie in Ruhe. Sie sagt, wie die hier rumlaufen. Flimmer wie Ratten. Hab doch gerucht. Zum Glück ist das haltes Jahr. Es steht aber im Kühlschrank. Wenn es jederzeit Köpfen. Seit Montag. Da wollen wir mal Grill anschmeißen. Ja, ich fahre. Ich bin anständig vor der hinten rüber. Sollte niemand sagen, dass ich die Patti fahre. Ist das eigentlich eng mit der Scheibe? Nö. Ach, jetzt steht er da wieder im Weg, ne? Nein. Dann mach ich auch hier es mal gleich. Ich kann dich nicht hören. Ich soll ja niemand sagen, dass ich die Patti fahre. Boah. Ich meine ja nur. Ja, ich nehme ihn beiseite. Manchmal also. Ich kann mich nicht verstehen. So, stellen wir ihn hier auf Ecke. Okay. Was fährt denn der da lang, ohne zu dreschen? Wer ist der Helfer bummelt? Was ist denn da los? Komm, wir zwei beide arbeiten. Ach so, ich habe den Einschalter gedruckt. Ist das da? Ja. Wenigstens hilft der. Auch wenn er langsam ist. Der hat halt hohe Qualität. Ein 50er Ballen, passt. Immer ist da hier mit Twitch. Drei Zeichen, ich schrie mir über mich. Äh, okay. Das krieg ich gar nicht. Das habe ich noch gar nicht gehabt. Der hat fünf Regeln. Okay. Boah, Alter. Der hätte ziehen. Und ich will das. Nee, gar nicht, weil ich kenne ihn gar nicht. Oha, Bergauf ist nicht so gut. Aller Schwede. Komm, bitte. Ach so, dann mache ich mal automatisches Ablegen. Aus. Dann lege ich lieber selber ab. Das hätte ich im Weg hier hinlegt, ne? Bei den Treffern. Dafür in die PS, ja. Ich brauche vielleicht noch einen neueren, aber ich wollte den, ich wollte die Nandi jetzt. Ich wollte den einfach mal fahren, hier. Ich wollte den einfach mal fahren, hier. den Golf-2-Motor da rein. Aber er kämpft hier, der Kleine. Da bleibt auch genau. Ja, sicher. Weiß ja keiner. Ja, ich weiß nicht. 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 Duos, duos, duos Duos, duos Schönen, duos Guck mal, ich erkenne ihn, der macht ihn selber leer Können wir auch ein bisschen langsam hier hochpressen Das ist ja eh nur noch die eine Spur Macht doch nichts kaputt Da siehst du, guck wie er da hinten ist, jetzt fährt er da hinten voll rein, ne? Ich fass das nicht, guck mal wie er den da vorne schiebt Ah, Leute Du sollst euch wieder mal helfen Da funktioniert schon wieder was nicht Der Drescher muss in der Kiste denn Moin, Ballers Nö, das ist der Helfer Der fährt, der schiebt den Anhänger da lieber nach vorne Anstatt der will den leer machen, aber Kommt scheinbar da nicht mehr zurecht Daher müssen wir gleich mal helfen Der rammt lieber den Anhänger Oh Oh Muss ja kein bisschen rüberfahren Ziele danach Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, jetzt ist es vorbei Jetzt muss ich es selber machen Hallo Koffi Einmeldung Koffi, der Hund Hat Barack Wasser getrunken Stinkvorzülle Wow Gib mir noch sauber Das Wasser mal Dann andere Du mal Landwirt, der nicht Das ist doch eine Case Maschine Achso, alles klar Das ist kein Problem Ich mach das Aber das ist auch wieder das längere Problem Der ganze viele Probleme, der Anton Wo ich Bunker ab Das kann mir Wasser suchen Vielleicht hat das mehr Geschmack, weil es besser gewürzt Warte, moin, hi Da wird es bestimmt liegen Das ist mir kräftiger Da wird es bestimmt liegen Das ist mir kräftiger Ok Chack Los Mach weiter Toll Warte 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich meine ja nur jetzt haben wir es ja auch schon direkt toll hier brauchen wir ein bisschen anderen trecker, ein bisschen mehr leistung für die presse ich dachte ich teste das mal hopp so weißt du was, hör doch mal einfach auf, ich mach das erstmal fertig hier ok ja keine ahnung erinnerst, hi da ich weiß das doch immer aas nicht hui hallo, reicht das? ne, natürlich nicht hopp ich bin wieder daneben geflogen, aber ich kenne ja das es ist ja schön warm das hier ist ja drinnen schön gefallen aber das ich bin nicht klagen am langen wochenende um gottes willen selber huch, ist voll tatsächlich einhänge das voll, ach du scheiße dann müssen wir ihn weg bringen bei Hafer will ich ja gar nicht behalten ne wo können wir Hafer denn loswerden? Getreidehandel wo ist die denn? ach da, ach dann uh huh, uh huh wo fahr ich denn da am besten? so, komm abfahrt aber die schmeißen wir sein altes blech weg der wii vergrüßt ich muss ja hin ja danke für ein fand ich habe das wieder ab ich muss ja abgezahlt rechts gut und um wo wir schaffen oder diese schlappen auch mit anhänger dahinter wo ist denn das immer so die schöner weil ich habe so müssen geguckt er hat das so lieber oder kreber aber jetzt wie wach brauchte ich mir machen wir hier erstmal bei der aber wieder no man's sky das moment würde ich es ist toll daraus gezaubert haben ab dass er der rechts so wächter bett ein kopf fühlt sich wohl war die zwei so schön drinnen so einmal muss man noch moment skies wir bauen uns unseren mech aber ich habe erst ein anderes raumschiff gefunden das muss ich reparieren immer ich gespannt die pfizzebogen die pfizzebogen er war schön ein rausknispeln sowieso wort mal abschalten kann man auf die seite nicht rauf ich muss die cookies löschen erstmal an aber dann ist sie alles neu das ist mein morgen ich muss eine hundert was ich werde nicht musiziert hier wird nicht musiziert oder morgen ein den bach lautstärke lautermann ja zum glück geht das nicht gott sei dank war ich weiß was gibt was ja das kann auch ganz schnell nicht mehr gehen und dann gebe ich mir millionen von gold millionen millionen ja moin hallo wie heißen das euch so heißen das ist so ein raub da ich auch was was esse ich denn keine ahnung was esse ich denn ich muss mal gucken vielleicht mache ich nach dem stream ein bisschen was essen und dann vielleicht streamen wir noch no man's sky nachher mal gucken also spielen auf jeden fall aber das stream habe ich ehrlich gesagt noch nicht ganz entschlossen will du den gold na hallo ja ich erstmal haben teffi dann sind wir weiter ja ja genau ich gebe euch das ja gerne ist ja kein problem moment sky ist richtig gut ne ich hoffe das war schon lange gestern hat happy sich das noch gekauft machen wir so ein bisschen zusammen das mal alles ein bisschen erkunden ich will so ein mech unbedingt haben lass uns die nur streicheln tun nicht ne ich mag arg nicht da kann man leuten auf dem kopf kacken und das essen vergammelt und so das ist nicht meins mag nicht wenn es um essen geht bin ich eigen kann ich schon dass man essen vergammelt ist ein reißiger stream weiß nicht da machen wir noch andere das brauche ich nicht das hat vielleicht hat man soja soße schwarze soße salat mit mhm Fleisch also nach Hackfleisch war ich raus nicht einfach mit du ja nicht einfach mit du du streichelst doch den ganzen tag diese Viecher oh guck mal Aaron na lieblingsäffchen na lieblingsparadiesvogel danke für dein Reset im einunddreißigsten Monat danke schön guck mal was ich jetzt für Muskeln habe vom schleppen 25 Kilo hochgerissen ja jetzt sind die Muskeln voll aufgepumpt man müsste ranzoomen ne aber klingt wie ein Äffchen wie ein Gorilla also diese Kugel was Klima oh ein bisschen drücken ich wäre so ein bisschen da da wahrscheinlich aber das werde ich euch da nicht sagen Lauchprinzessin ich will jetzt nicht zoomen außer ich will ja auch nicht dass du neidisch wärst dann nehme ich schon Rücksicht da bin ich ja nicht so gemein ich denke wenn du so 25 Kilo so hebst ne wenn ich so rechne 60 Kilo abgenommen 25 heben ist schwer Alter was habe ich da mit mir rumgeschleppt dachte ich dann wieder ne schon krass jetzt bestehe ich nur noch aus aus Muskeln darf man links posten nur wenn dir einer hier freischaltet Sven moin hi sei gegrüßt ich könnte dich permitisieren wie war die berechtigung keine ahnung ich klicke sie mal an hola ah ja da danke ein starke Arme was ich darf noch nicht raus tauschen was was ich darf noch nicht raus was was üb halal jah warte hier warte ich muss da mal eben uh kenn ich Ich kann jetzt gerade nicht, ich bin gerade am Trecker fahren. Ich mach dir nachher ein Bild und schick's dir. Ich will hier auch nicht so angeben jetzt. Komm ich da durch? Oh, scheiße, jetzt hab ich hier nicht nachgedacht. Oh, haha, nee, war nix, toll. Passt, wusste ich doch. Jetzt mal vielleicht außen rum. Guck mal, ich sitze drin im Wasser. Haha. Ja. Na, was sagt ihr jetzt? Affe im Pool. Oh, halt, warte, das wird gefährlich. Raus, weg mit ihm. Schön die Bälle vor die Birne schmeißen. Wow, so ein Schwein gehabt, alter. Hopp. So, was so weit weg ist, stell mir vor, ich stehe vor dir, wie gewaltig groß die Muskeln sind. Mit Muskeln auf den Muskeln und Muskeln auf den Augäpfeln. Ja. So, parken wir den ganzen Geschütz mal hier. Oha, oha, oha. Flup. Nicht die Lampe da reinschmeißen. Das gibt noch einen Schock nachher, hier Elektroschlag. Hopp, 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 hopp. Da. Das bringen wir, das, dafür fahren wir nicht zum Ende hin. Das bringe ich einfach ins Lager. Na? Habt ihr keinen Bock ins Wasser? Da kann ich halt drin sitzen bleiben, wenn es euch nichts ausmacht. Ich bin gespannt, ob ich heute das Raumschiff in den anderen Spiel repariert bekomme. Ich weiß gar nicht, wie aufwendig das ist. Ich hab das einfach angeklickt und dann war das meins. Aber das hätte ich schon gehabt. Hätte ich schon einen Supersternzerstörer. Wie ich damit? Da mal eben rein. Oh, hier, hier. Halt. Zack. Danke für dein Bit. Hast den so rausgepresst eben. Du hast so toll die Taste und A gedrückt. Oh, Alter. Schönes Amtstag, dir auch. Boi, boi, walker. Ach, da gibt's schon bliege Haut. Akzeptiere ich. Ein super, Affe. Danke für dein Bit. Du kriegst keine Aufmerksamkeit. Du wirst hier nicht gestreichelt. Das ist kein Stück Gemüken. Au, au, au. Der ist auch durch, der Typ, ey. Danke für deine 98 Bits. Das macht ein Jahrhundert. Wer ich jetzt Graf Zahl wäre, Gewitter. Danke schön. Nenn mir einen Vampir. Graf Zahl. Der zählt nicht. Oh doch, ich bin mir sicher, dass der zählt. Das ist auch gut, ey. Okay. Oh Scheiße. Ach, das war jetzt wieder so komisch mit den Rückwärtsfahren hier, mit den Schalten, ne? Ah. Da kannst du echt knickeln. Da schmeißt du ja schon wieder das alte Blech da rein. Cool. Naja, erstmal muss er auch treffen. Ha, drin tatsächlich. So ist jetzt aber hinterher. Das ist so nicht zu akzeptieren. Der schmeißt einfach Altmetall in den Pool. Alter, ich krieg voll die Lampe an den Kopf. Ohne. Cool. Danke schön. So, Baldwin doch carbonina für Ladengrenine. Ich höre es hier nicht mehr. Ok, das stimmt. Dauplina für Ladengren tir. So, ich bin wieder slow auf. geht weg hol ihn dann aus so gut mit seil und so fluchten zugelegt ich bin eine banane toll ich weiß nicht was ich dazu sagen soll das ist ein kleines küchen oder was so dass ich wieder weg job erledigt er sitzt da immer noch drinnen wollte ich nur mal sagen ich weiß katze man das ist am wasser und spiel die katze habe ich da ist ja keine punkte kann sie nicht spielen der sucht sich immer neue freunde spielte die katze bist du jetzt mein freund ja ja Ich muss hier auch mal was zum sauber machen setzen irgendwo. Ist ja alles ganz schön verschmuddelt, aber naja. So, nächstes Mal nehmen wir den kleinen Landi davor. Braucht doch ein, zwei PS mehr am besten. Pizzaofen anreißen, macht das zuerst nur beim Essen, ne? Sound ist echt gut, ne? Den fand ich auch geil. Hat den Trecker auch so ein bisschen wiederbelebt, muss ich sagen. Ich hab mir den von der Frischer Garage wieder runtergeladen und hab dann den Sound da reingesetzt aus dem Mod Hub. Ist schon echt gut. Alles schmuddelig ist. Nee, gar nicht. Ich halt immer sauber einfach. Der sitzt da immer noch drin. Und dann komm. und die platz leider morgens sich füße voll da war es wirklich nicht heute morgen schon im weg war ja um sieben los schon da ich dann noch hier wo die uhr gezogen hat die jacke und jungen jungen das eben ja auch sparen können machen wir uns mal eben gleich den ob er steht da hinten ich mich ja schon auskennen auf der map toll noch weil sie wird sich darunter und wie langsam vor allem ich glaube hier steht anhänger nämlich die ballen ne scheiße in der niete wo ist denn wo habe ich den anhänger denn gepackt scheiße da muss ich mal eben bei heimfili gucken hä habe ich den anhänger ja mhm war der hier doch der muss da gewesen sein scheiße wo ist denn der mal gucken habe ich den nee tatsächlich habe ich den vercheckt oder oder hatte ich den hier noch gar nicht hatte ich noch nicht neu angefangen als die karte rauskam und hab ok 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 machen wir es so gehen es noch nicht so viele rauf bei dem ich muss da noch mal einen anderen finden aber ich vergesse es immer die nehmen wir aber erstmal ja pfui potty geh mal weg das darf doch nicht wahr sein das kann es nicht glauben ja 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 freudig ja ich könnte das ja party ist ja nicht so ne ist in ordnung man muss damit ein reinen sein wenn dir das einer gönnt dann ich für den zugfieber achso achso wegen den spieler ja weiß also meins ich mag so ne spiele auch mir fehlt immer die zeit deswegen übergehe ich die oftmals das nächste was ich so ne art spielen könnte ist dieses city skyline 2 wenn das kommt ist Railroad Tycoon oder wie heißt das 2 ah Railroad Empire ok so halt früher viele spiel solche spiele das ist immer cool vielleicht wie die damals alle noch hießen und wie heißt das ich hab ich hab durch von Astergon hier oben sogar noch original die haben das ja früher mal per post geschickt wie ist das denn noch das hätte oben auch noch stehen das war ja auch so ein transport Ding ach transport genau transport Fieber oder wie ist das keine ahnung da haben die mir das das haben die mir so geschickt CD Version ich hab heute nicht mal mehr ein CD Laufwerk ne ich möchte auch dass du nach Feierabend dann auch sowas spielst ich sehe dich im Train Simulator dann kannst du mal zeigen wie du richtig fährst also ich brauche eine halbe Stunde bis ich loskomme und alt F4 wenn ich anhalten soll kommt mir nicht auf den Rechner ich seh dich da dich gerne mit dem Zug fahren sehen am besten Multiplayer spielen stehe ich irgendwo auf der Brücke und wink dir guck mal da kommt der Putty wer sieht mit dem Weg an du weißt ja nicht mehr was ich linke Komm, Vanessa, dass ich mich nicht verlaufen kann. Ich steige ein, bleibe auf der Hauptstraße, biege einmal rechts ab und dann bin ich beim Sitz. Gut, ne? Nicht immer da, aber ich weiß nicht immer, wo ich hin muss. Ich würde mich hier verlaufen sonst. Aber du sitzt so auf dem Lenkrad, stell dir mal vor. Du bist heute echt scheiße, sag ich dir. So, der Anhänger ist da zwar nicht so gut für, aber da werden die die Masse am Ballen haben. Gehen keine drei nebeneinander, ne? Naja. Packen wir die oben rauf. Oha. Schnell schmeiß Bälle. Nicht, dass die Katze den Pool versaut. Oha. Olaf, da wäre nichts. Zack. Schade, ich hätte es dir natürlich gegönnt. Die Katze mögen kein Wasser. Das ist egal. Der hat sich doch bewegt. Auf der anderen Seite steht Patty mit dem Seil und zieht den Pool langsam immer weiter zurück. Hey, heute ist doch keiner am Pool. Nur die kleinen Bälle. Das ist arg. Wann und... Muaah. Viel ruhig dein arg. Mit meinen No Man Sky Raum Schiffen pustet dann deine Sau hier weg. Da freu ich mich auch. Gini, moin. Woher frässe ich dich? Da siehst du keine Chance. Jetzt noch kein Blech. Da, ein, zwei, wo... Oso, ja, da kommt... Geht ja ganz gut. War arg, ja, wirklich. Ich muss sagen, ich habe da jetzt schon lange nicht mehr reingeguckt. Aber das war so nicht unser Ding und ich vermute, dass das auch immer noch nicht sein wird. Man hat heute auch so viel Auswahl an Spielen, ne? Da kannst du ja gut die auch so... Mh, scheiße. Hinten dran, tatsächlich. Na, Ladungssicherung 1. Oha. Na, geht schon. So lange es hält, wie schnell es ist. Das ist wirklich an. Oha. Halt. Nicht richtig drin. Das erste, was ich bei arg gemacht hatte, ist wirklich einloggen. Oh, guck mal, da schläft ja Björn. Hin auf den Kopf und erst mal kacken. Das fand ich witzig. Aber als sie mich denn immer gefressen haben und so, fand ich das nicht so witzig. Und als dann auch noch mein Essen vergammelt ist. Ne, da also, da hört der Spaß auf. Das ist ja, als wenn du Pudding hast, wo Haut oben drauf ist. Barbie geht als Musik, weil jeder einen anderen Musikgeschmack hat. Von mir ist, hört das. Die Haut ist das Beste. Ne, die kann ich dir zuschicken. Keiner will Puddinghaut essen. Du trinkst ja auch das Wurstwasser nicht. Viel Milchhaut. Ne, also, ne. Ne. Mh, mh. Mh, mh. Also, wir würden wir uns gut verstehen, ne. Dann esse ich den Pudding und du die Haut. Da, toll. Uuuuuh. Ja, noch einen Biet hier. Tü, 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 tü. So. Mal im Fest, Gordon. Ladungssicherung. Kann er ja. Das haben wir schon oft gesehen. Hält das so? Ja, wir müssen ja nicht weit. Das sieht jetzt erstmal geil Chickenburger aus. Seid ihr, lasst es dir schmecken. Ich, äh, weiß noch gar nicht, was ich nach dem Stream fütter. Ich hab gar keine große Ahnung, ehrlich gesagt. Ich muss ja gestärkt sein, wenn ich es in den Weltraumuniversum eintauche. So stehen wir denn mit denen hier einfach eben rein und gut. Ja. Beide ich schnell durch den Busch laufen. So, ach, dann muss er schon wieder Berg hoch. Berg hoch, mach er ja nicht so, ne. Ach, doch, dann gut zu gehen. Ich will gleich mal einen Schwung holen. Genau, Party ist. Schnell alle ins Wasser. Hopp. Du kannst doch nicht mit deinen schmierigen Fingern jetzt da auf deiner Tastatur rumtypen. Oh, 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 oh. Scheiße. Doch, nie. Bah. Ich hab das ganz zu Anfang gekauft, mal für 15 Euro. Und jetzt sieht's, was es jetzt kostet, ne. Und dann werden es immer mal wieder gespielt, ne. Aber jetzt ist so auf so einen Punkt, wo jetzt, jetzt hab ich auch wirklich Bock. Ich weiß schon, was ich mir bauen will und machen will. Das werden wir schön spielen. Ich sag, vielleicht streame ich das. Aber ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das für euch interessant ist, für einen Stream. Ey, Krupp, moin. Hi. Dein gegrüßt. Ich hab hier gesehen, hier ist schon eine Gülle fast draußen, ne. Oh, oh, Party. Party macht mal Schere zum Affen. Dankeschön. Vielen Dank dir wieder mal. 164 Stück schon, ey. Du bist so ein Knaller, ey. Ja, auch auf dieser Karte, wenn Krupp schon mal da ist, kann man das ja auch gleich zeigen. Weil auch auf dieser Karte, hab ich natürlich, flupp, mir schon mal das Gülle fast hingestellt. Wo ist denn das? Da. Das kommt ja auch, wenn alles klappt, morgen oder übermorgen raus. Mit den Sounds. Ihr kennt's ja schon. Toll. Also, das ist wirklich, das ist wirklich gut. Und was er euch noch geben will, ist ja hier, da wurde auch schon öfter nachgefragt. Ladeprofi 3 und 4. Die auch. Toll. Also, Fuscher Garage im Auge behalten. Wo ist dein Aldi-Schild auf der Rehbach? Das steht doch am Hofeingang. Oh, nee, schade. Doch nicht. Ach, doch, jetzt weiß ich, wo es steht. Warte. Das, durch den Neustart, habe ich mich ja hier. Hopp. Hier. Heute BGA. Schubi Boy. Also, haut Krupp für euch ordentlich raus in der Fuscher Garage. Ich glaube, heute kam schon ein Gülle-Fass. Und morgen oder morgen den die anderen beiden. Wo soll ich euch mitnehmen? Beide hier kriegen. Hoppa. Entschuldigung. Hier. Da. 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 Ja, mit deiner scheiß Dose. Nee. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, ja. Ha, 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 ha. Hopp. Schade, ich hätte sie gegönnt. Was ist der Winkel? Ist das ein Außenborder oder was? Wer sitzt da jetzt drin? Ah. Ja, die gönne ich es natürlich mal nicht. Hallo, Hotz. Was ist denn das? Was haben wir? Hoffentlich kein Weltraum herpiss. Oh, da sind die. Oh, oh. Mal helltun. Oh, das ist jetzt auch noch Wasser, das Zeug. Was liegt da denn, Alter? Wie, Pilz im Wasser? Der wechselt schon gedeiht bestimmt. Rein da mit dir. Der kriegst Dosenpilz. Hallo. Klingt auch komisch. Hallo. Ich bin schon voll fleißig. Hast du dich schon eingerichtet? Ja, das ist ja schon lange. Ich habe weitergespielt einfach. Ich hatte hier immer einmal neu angefangen, weil es hier rauskam, die Mep. Das ist jetzt nur ein Ratiofarm, habe ich auch gerade gedacht. Schön den Pilz einschmieren. Pilz, Pilz, oder? Wow. Pilz halt. Hoppala. Ja, den Ordner hatte ich hochgeladen, vor allem 2 war. Musst du halt wissen, ob du Lust hast. Oder wie du Lust hast. Wenn du auf diese Karte Lust hast, dann ist die Frage, ob wir dir einen Hof halt verkaufen. Sie haben mehrere Höfe. Äh, ja, vorsichtig, ja. Gute Frage. Da musst du selber entscheiden. Weil ich bin hier auch noch relativ an Anfang, ne? Quasi mit einrichten abgeschlossen, quasi. Kann dir ja auch erstmal in Starthäfen oder so. Mir ist das wurscht. Also am Anfang ist ja immer ein bisschen nicht so viel. Ja. Aber wir können auch Gras häckseln dann. Oh. Scheiße. Ich kann die ja auch erstmal nur unterhalten. Mir ist egal. Also das tut ja wie gesagt, wenn du... Kann ich ja auch dazu kommen, aber wenn du noch alleine tütteln kannst, dann mach das so. Ja, das ist ja, wie gesagt, das ist mir immer egal. Moment ist halt, dann weiß ich, das war mal ganz ja nicht so viel. Du kannst ja auch so drauf kommen, dann gebe ich Geld und kaufe den Hof. Das ist ja so viel, wie du los hast, halt. Ich suche dir aus. Du bist ja so viel Höhe auf der Karte. Weil ich überlegt, unten rechts den großen Hof habe ich überlegt, eh zu kaufen. Weil der die Fahrsilos hat und so. Weil ich habe zum Beispiel kein eigenes Fahrsilo hier. Oder der, der, der Hof in der Mitte, der war ja auch so cool, oben in der Mitte. Farment habe ich. Ja, das ist aber nicht das gleiche. Ich will irgendwas platt fahren. Vielleicht deine Dose einfach. Einfach nur rüber fahren. Kannst du dir diese Scheiße wenigstens nicht mehr in den Pool schmeißen. Sitzend hat, er hat mal eine Dose platt gefahren. TB Boy. Ja, kannst du viele Dosen hinlegen, wie du willst. Ich mache ja alle platt. Aber denk dran, sauf da nicht so viel von. Das versaut dir die Figur. Willst du irgendwas platt fahren? Gibt es keine Hühner? Boah. Doch, die verstecken sich im Profil immer. Smallie, moin. Hi. Hi. Junge, da war ja ganz schön Speed drauf. Ich kann mir mal gucken. Also ich hatte gedacht, entweder... Hier hinter der B.A. den Hof. Das ist ja auch mit dem großen Kuhstall und so. Hier ist ja noch Unterstand. Ich weiß gleich, was da noch drin ist, weil die Werkstatt ist oder so. Hat er tatsächlich da. Und fette Silos hat er hier halt, ne? Ja. Hier noch Unterstand. Der ist halt schon ganz cool. Oder aber... Wo war der hier, ne? Hopp. Wo war der hier? Auch Unterstand. Stall. Auch großes Sido. Ich weiß gar nicht, was hier... War hier in der Halle noch was besonders drinne? Weiß ich schon nicht mehr. Und hier die... Ah, genau. Das war so cool hier mit der... Das sah hier so geil aus mit der Kuhweide hier. Wenn die auch hochfassen. Das ist auch schon echt schick. Beide, beide wirklich, ja. Man kann ja auch... Wenn man alles umlaufen hat, auch beide dazu nehmen. Ist ja egal, letztendlich, ne? Ja. Aber das ist schon... Das hat vollwertige Höfe hier, ne? Nur der in der City, der ist so ein bisschen ultraklein, finde ich. Ja. Ja. Den Schafe haben wir auch schon. Die Schweine habe ich. Die BGA habe ich ein bisschen gebaut. Das Waldgebiet da oben ist auch schon unser. Ja. Es gibt immer was zu tun. Ja. Wo bin ich? Da. Oh, der Bein... Steht da schon wieder ein bisschen kurvisch drauf, sehe ich gerade. Aber egal. Ladungstechnik haben wir drauf. Saschelm, hallo. Hallo. So. Welchen Fend? Den hier. das war jetzt morgen zum download hauen noch mal gülle fasst oder ladewagen dann würde ich den ladewagen nehmen dann hast du gülle ladewagen gülle gerade profi sind beides halt gut aber jetzt hast du fast angefangen dann macht auch den ladewagen ach so ja der fendt ist meine ich noch nicht öffentlich das bist du auch mit einem basteln kopf oder bei denen hier jedoch ist er nicht rausgekommen vor kurzem dass er mit dem spielteppich die fünf und der ist glaube ich auch in der furchte gerade was ich mein moin ich war danke bei zwei habe ich schon vor lauter schreck fallen lassen da gibt es ein 300 von gerade sein aus der auf meinen aus dem ach so okay aber nicht bei euch jetzt in der also der hier selber gibt es noch nicht oder was sind sie privat okay er ist halt noch das muss ich umgucken und dann wenn du dann erfahren willst das bescheidern kommen wir im horn ziehen Oh, ha. Komm. Machen wir ihn so fest. Top. Ha. Fest geworden kann er. Das ist schon mal ganz gut. Spallen. Toll. Das ist mega. Ich kriege wieder den Busch ab. Ich kriege wieder mit einer Blechbüchse. Tja. Hopp. Eva so es auch. Die sind ja die Dose trägt aber nicht wirklich. Guck mal wer da drinnen sitzt im Pool. Richtig mittig. In der Mitte so. In der Mitte. Oha. Ja. Dann wird keiner. Lass ihn da sofort drinnen. Ja okay. Schwierig. Ja. 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 Daniel. Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Ich saß mittig. Scheiß. Ich hab mich gefreut schon. Verplatzer. Ja. Ja. Ist ja gut. Komm so mit der Arschbombe da an oder was? Ich saß noch in der Mitte. Eigentlich ist das unmöglich wie wir es mich da raus schmeißen. War Teamarbeit. Hast ihn da hingeschubst oder was? Ich würde tatsächlich sagen der rechts von 27. Der sieht ja ganz schnuckelig aus. Der rechts von 27. Dann. Der zweite den du gerade eben hattest. Dann. Flup. Kaufen. Hopp. So teuer war er gar nicht. Oder ist er zu teuer und ich kann ihn nicht kaufen. Was kostet der? Äh. Ach du Scheiße. Moment. Warte. Scheiße. Guck mal. Wir haben ein Lotto gewonnen. Ist das nicht schön? Ui. Umfälle gibt's. Ist gekauft. Warte. Du brauchst ja. Fahrmanager. So. Ja. Okay. Ja. Alles andere musst du dir jetzt. Dann. Kaufe was du willst. Ich nehm den Schlafhof. Ja. Mäh. Bäh. Blöck. Wo ist er denn hin? Wer? Hallo. Ach der sitzt. Oh. Guck mal. Da sitzt du drinnen. Wir sind auch da. Klick. Mitten im Pool. Und das zweite Mal. Aus der Mitte aus der Mitte raus. Irgendjemand ist immer nochmal mittiger. Oh. Oh. Scheiße. Ich glaub es wird nix. Nein. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Was mach ich jetzt denn? Ach scheiße. Fall doch runter. Die verbrauchen wir halt einfach erst. Verdammt. Verdammt. Mit nem eigenem Ball. Schade. Scheiße. Schmeißt er die Winkeaffen ins Wasser. Reinschubsen. Jaha. Ich hätt's ja noch. Ich hätt's ja retten können. Ich wollt's nicht. Wollte die nur noch. Würde ich einfach fallen lassen. so. 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 Oh. Wo ist das Vöglein? Auch vorbei geflogen. Mal gucken. Hier. Guck mal. Futter. Guck mal. Das ist Aaron. Guck mal. Zack. Hahaha. Hier. Das gibt's immer noch. Das Gif. Schön den Aaron Papagei essen. Moment wo ist das Profil? Lusche. Wow. Wolfie Boys. Seid grüßt. Hallihallo. Hi. Guck mal. Wird's ja gleich komisch, wenn man da so'n Vogel verputzt. So lecker so'n kleiner bunter Bräulach. Guck mal der hat sich sogar angemalt. Mh lecker. Das ist Lebensmittelfarbe. Oh. Du kommst gleich mit dem Messer weg. Oh. Du kommst gleich mit dem Messer weg. Geh da. Ach, lass mir das. Was denn? Pass auf, dass du nicht gegen den Strich streichelst da. Hallo Greiner und Harry. Wenn du weiter geradeaus... Warte mal. Ne, da fährst du doch nicht dran vorbei. Genau. Wenn du da... Fährst du links rum? Ne, fährst du weiter. Wenn du da links rum gefahren wärst und geradeaus fährst in der Halle, also kurz vor deinem Hof eigentlich, ne? Aha. Da stehen auch Mähwerker und sowas, alles so Grünland drin und der Drescher und sowas. Ja. Ich hab auch nur bisher jetzt ein... Also, mir ist es egal, was du hast, was du dir da holst, aber das kann man ja auch doppelt nutzen sonst. Ja. Misch vor der Wagen, dass ich da einen hab bei den Kühen. Ja, also wir kaufen kannst du, was du willst, ne? Das ist mir egal. Wenn du sagen kannst, was du damit nutzen kannst. Ja, sonst. So. Ich muss mir gleich erstmal einen Überblick verschaffen, was du so hast und dann... Wenn du davon was irgendwas anderes haben willst, dann holt das halt. Von daher kann ich ja eigentlich hier stehen lassen. Heiz. Immer schön auf den Kopf treten. Das ist gut, wenn wir diese dann auch am Laufen haben. Sind ja auch eigentlich jetzt noch ein Baugebiet da drauf. Mal gucken, was man damit macht. Dann haben wir erstmal so zwei Mess, wo man hin und her switchen kann. Die Geigenblick dann einfach mal fertig ist. Was ist mit der Geigenberg? Noch nicht fertig. Fertig? Nee, du bist fertig. Es ist nicht zu verwechseln. Fertig und fertig. Nein, das stimmt so nicht. Wieder nicht. Mit dem Fehler in der Aussage gerade nicht. Nur um Jahre dauern wir sie fertig. Aber dann wird die bestimmt total schön. Oder noch schöner, muss man ja sagen. Schön mit Föhn. Ich will auch trocken. Hoppen. 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 Oh, Alter. Der wie, äh. Wie reingeschleidet. Hat Aaron auch nicht einen auf dem Kopf gekriegt. Und? Äh, sie sitzt drin. Der Vogel sitzt im Wasser. Holt sie raus. Das gibt's ja nicht. Nee, echt. Guck mal die alte Blechdose wieder. Schon vorbei. Ja. Wie sie alle ankommen. Guck mal. Komm, sitzt die da drin. Dann wollen sie alle hinterher. Du, wo das Hühnchen mit Lauf zum Essen war. Das kommt vielleicht für seine Hühnersuppe. Toll. Wenn ich da so hin finde, ich glaub schon. Ich glaub, ich kenn mich aus. Wolfgang. Moin. Ich will nicht klagen. Ist ja langes Wochenende. Danke. Wenn ich hier sitz, sag ich immer, geht's gut. Hoffe ich dir auch. Reiß und weg. Warte, ich guck mal. Siehst du? Du hast ja gewonnen. Keiner hat den Vogel aus dem Wasser geholt. Putsi, moin. Hallo. Achso, ich bin noch hinten. So, äh, äh. Das ist runter. Eins. Das ist an. Das ist an. Und das ist beides runter. Ja. Toll. Du bist im Anflug. Ich wohne nicht. Ich seh' gar keine. Lass aufwand, Horst. Guten Tag. Da. Hallo. Da war sowas von. Ich. Äh. Äh. Scheiße. Reicht nicht. Danke. Bei uns ist gut. Also bei mir. Und bei euch. Auch alles gut. Hotz richtet sich grad ein. Also den werden wir den nächsten Tage nicht sehen. Das kann nicht so einfach. Danke euch auch. Bist du morgen wieder auch da? Äh. Könnte passieren, ja. Weiß ich nicht ganz genau. Okay. Wenn ja. Kann sich ja weiter einrichten. Möglich. Alles gut. Was macht das Lenkrad? Hast du schon eingespielt? Nichts Lenkrad. Ich glaub äh. Los Abarthos. Ach so. Der hat sich ja. Eins auch organisiert. Thomas Moin. Hi. Jetzt mal gucken. Morgen ist ja stream wie immer. Obwohl man weiß, wenn ich früher aufstehe, fang ich auch hier früher an. Und wenn äh. Montag. Montag muss ich mal gucken. Wie ich da stream. Weiß ich gar nicht. Ob ich morgens stream. Weil ich hab äh. Mittags vorhin war ein bisschen grillen. Ich glaub's ne Doppelrunde wird. Mal gucken. Drive in schon. Anderhausen. Ja. Geil oder? Geil. Guck mal Alarm. Da kommt Sascha rein geradet. Dankeschön für den Rage. Boi boi. Geil oder ihr Zuschauer? Juhu mal natürlich hoffe ich, ihr hattet einen schönen stream. Da geh ich doch auch immer von aus. Bremerhafen am Macker. Moin. Danke für den Shout. Winke winke. Winke winke. Tschüss. Danke schön dir. Ich spiele die Rebach gerade. Damit Hot sich einrichten kann. Mit Absicht, ja. Ich bin da schon lange mit fertig. Habe ich jetzt Wade anlaufen lassen. Das ist endlich eine... Wow. Genau abgepasst quasi. Dankeschön. Das ist gar nicht so einfach. Du musst das Schnapst haben willst. Du, raus. Noch einer, nee. Jetzt wieder einer rein. Nee, wieder einer weg. Jetzt, klick. Das war genau geplant. Lassen wir es dabei. Schönen Haufen hier. Schönen getroffen? Wo? Wer? Das habe ich nicht gesehen. Scheiße. Oder meinst du den Schnapst da? Wo frei, wer kann? Der kann. Ich muss zum Grillen, euch viel Spaß. Ja, viel Spaß hier beim Grillen. Dankeschön nochmal. Oh Gott, grap. Direkt grillen mache ich übermorgen. Lecker, lecker. Ah. Sieht da gar nichts. Hopp. Ach, guck. Guckt euch doch mal an, wie der Ingi im Pool sitzen kann. Quasi eins Poolbesetzer. Weit, weit daneben. Da war mir dein Salz da. Und da war mir dein Salz da. und dann haben wir alles zum zusammenmischen vom futter rein die frage wenn wir beides brauchen ob wir viel müssen und dann einfach mal mit der gewalt einfach mal hier bein machen gesprungen kann man sich nämlich einlage und aufteilen ja machen wir mal ist über die auf dem hof machen also klein ja hier ist ein bisschen platz es ist immer noch im wasser drehen die zu aus als wenn es beide punkte werden kann man nichts machen man will nun nicht richtig frisch sie ist haben wir es auch gleich hier schon wieder was müssen wir umdrehen schön Das wäre ja wohl keiner. Boy, buddy. Oh, scheiße. Scheiße, Alter. Kein Problem. Was machst du da? Ich wäre fast aus dem Pugel gekickt worden. Oha. Oh, du, was? War eigentlich keine Gefahr. Äh, wir geben das zusammenklappen. Passt ja, Knopf. Ja. Und ob, genau. Pfirsich, Pfirsich, alter Brudi. Fabio, boi, du, dankeschön für den 40. Monat auch schon, ey. Krass. Dankeschön dir. Vielen lieben Dank. Jubel, Trubel. Anna, ich hab dich nicht einmal gemobbt. Ich bin so freundlich und nett zu dir. Moin, Fabio. Hi. Dankeschön. guck mal, ich spiel die Rehbach heute, damit Hotz sich einrichten kann. Ich brauch ja auch mal ein bisschen länger. Das ist gar nicht so einfach, wenn man hier die Kombination nicht findet. Ein Frontlader und so. Hey, wieso, was suchst du denn? Ich hab jetzt gerade eben schon einen gehabt, da weiß ich auch nicht so richtig, was da passen soll. Ey, ich kaufe einen Verkauf noch mal, bis ich das Richtige hab. Ich guck immer mal auf die Anschlüsse. Dann sieht man das meistens schon. Danach geh ich immer. Einigen sind es ja dabei. Falko, moin. Hallo. Hopp. Das ist schon wieder mit deiner scheiß Dose. Ich helfe, ich helfe mich denen. Hier, du moin. Hi. Denk dran, ne? Fuscher Garage. Heute Güllefass rausgekommen. Morgen kommen Ladeprofi. Drei und vier. Hat das so gesagt vorhin. Und dann Montag kommt das Güllefass hier. Auch mit einem anderen Zaun und so. Toll. Da geht was, Leute. Völlig wieder hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Ist das ja richtige Dingsen auch? Ja, die Farbe passt halt nicht. Aber die passen zum Fahrzeug nicht. Ich weiß auch gar nicht, was ich dafür in meiner Reine rein gemacht hatte. Irgendwas hatte ich ja auch schon mal dran. Precision Farming? Jo, ist dran. Warte, ich zeig das natürlich mal eben, gerne. Da haben wir es. Ich zacki zappi. So sieht es aus. Und ich häng mir da dieses, diese Schlauch an. Und dann kannst du hier halt Kapazität ändern. Ich hab hier das große Reifenband hier. Und John, der Mann, nur Recensing natürlich. Ich spiel mit Precision Farming immer, ne? Hübsch, ne? Und dazwischen, äh, zwischen den Fässern, flup, kommen Ladewagen. Ich hab die Klee-Blog noch doppelt drauf. Lade-Profi 3 und 4. Schutzbleche, Isoliertank. Haben ja auch immer viele nachgefragt, ne? Den spielen wir auch schon so lange mit. Hübschi, hübsch. Fertig, dann nehm ich. Ich gehe mal von morgen aus. Ja, passt, ne? Das ist eine größte Sohn, so dachte ich auch. Und würde ich hübsch. So, komm, nehmen wir ihn hier. Der will wieder nicht. Mach mal, mach mal. Das muss ich aufpassen, das kann ich mir nicht überheizen. Kann immer sein, dass ein Hotz von links oder rechts kommt. Könnte passieren, ja. Normalerweise gebe ich nicht so acht. Ich gehe jetzt schon mal hin, mein Kleiner, da. Voll. Ist auch mal cool, der mit der... Die Ballen pressen. War mal ein riesen Turm. Und die verfüttern wir denn an, die gefräsenen Viechers. So. Komm, wir machen es mal auseinander. Also musst du gucken, ob du deinen Länder mitnutzst oder ob du dir dann auch noch welche dazukaufst, ne? Ja, ich, äh, mal gucken. Bisse durcheinander. Ja, die sind ja alle nicht enterreifend noch nicht, deswegen muss man halt mal sagen. Sagen wir so, die Waren. Okay. Einige habe ich auch schon gekalkt und so meine. Aber du irgendwas brauchst, musst du halt gucken, in den Silos und so, ne? Wir haben ja nichts weggeworfen. Doch Hafer. Einfach checkt. du bist du haltier. Und du bist, wirst du dich aber sehr schön Além. Die psychiatreste. Drei. 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 aber nix muss man so magneten so einblenden können so so ich fahre ich glaube ist ja nicht kann man nur so viel glück haben er holt ihn da raus der ist dazu oft drin wird ja fünfmal am tag badetag ich glaube die füße riechen doch ja das ist doch mal so einen alten hobel mal aha guck auch guck an da hatte wie gesagt seine füße jucken mehr wo hast du denn die strohballen versteckt die strohballen habe ich versteckt map öffnen die die stehen unten links bei multi silo fahren da steht auch dieser eine anhänger noch also genau andersrum musst du fahrten dort darum und rechts geht auch ja weißt wo noch nicht so ganz aber es ist auf dem hof hier nein unterhalb von feld 5 ich habe da oben so wenig platz ziehen habe ich die ausgelagert ok die lade habe ich in den fermenter drinnen kannst du auch ausnehmen du brauchst ja ich wollte jetzt erstmal einstreuen ja ja genau das ist hot richtet sich ein und dauern hallo ich habe mich noch gar nicht entschieden was ich da hier essen soll hier ja ich ich es ich Sagen wir Bambus? Nö, ich esse die Bananen. Ich brauche doch nicht auf so ein altes Stück Holz rum. Zieh, zieh, zieh. Ist auch ein schöner Träger, ne? Toll. Oh, wenn wir hier den Grasmagen hotzt, müssen wir dann denken, dass wir das mal häxeln mit den Häxler. Jawohl. Da würde ich ja mal über den Sound. Ich habe hier einen leiser gestellt. Hast du das noch mitgekriegt? Weiß ich gar nicht. Nee, hast du schon eingebaut, oder? Der ist eingebaute Sound und auch runtergedreht schon, weil der war wirklich lauter. Ich hätte Discord nichts mehr verstanden dann. Da habe ich gedacht, den, 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 ich zeig den gleich mal. Boah, das ist ja auch, weil er so, das ist ja auch so ein alter Lümmel, passt ja hier ganz gut zu. Das ist das ältere Modell, ne? Ja. Ich möchte den gleich mal einfach mal anreißen. Ja. Das ist das, Vati. Die stinkende Dose da weg. Obwohl, hey, andersrum, wenn du jetzt mal 25 Cent reinschmeißt, her damit. Das ist quasi ein Glücksbrunnen. So, aber jetzt zeige ich euch den andermal. Ei, 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 wo ist er denn? Wo sind denn die Häcksler? Oh, Atta. Hier. Der hier. Hopp. Zusatzgewicht? Nö. Sendiotank, machen wir mal. GPS, machen wir mal. Miete den mal. Ach so, dann könnte man ja... Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Scheiße. Gehen mit mir mal dazu. So, 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 da. So, mal anreißen, die Blubberkiste. Also, es ist auch viel angenehmer, wenn man nicht leise ist. So, warum muss der so leise? Weil, vielleicht vergleiche ich das nochmal ein bisschen an. Hey, ich bin kein Moin, hi. So, wollen wir mal gucken hier. Gleich mal anreißen in den Salat. Fällt das zu, wann das die hier? Ja. Krass, ne? Wenn ich hab schon was, ne? Lautschecker sitzt immer drin, das ist auch in Ordnung. Ja. Von draußen kann man ein bisschen weiter rauskrollen, sonst. Das ist gut, ne? Nein, nein. Der passt hier ganz gut in Ordnung auf der Karte, denke ich. Vielen Dank. Fertig! der kann aber heißen gris morgen Hi. So. Da haben wir doch mal eine Ecke. Der ist, äh, den Fan, den habe ich aus der Fuscher-Garage und der Sound ist im Mod-Hub. Den muss man sich da nur reinsetzen eben. Aber die sind, äh, eine Anleitung ist da mit bei. Weg! Oh, leckere! Da heißt es wieder, guck mal, der Piepen ist da vorne, der repariert einen Kühler. Gerne. Ich weiß nicht, dass du immer wieder mit seiner doofen Dose da. Haltet ihn. So, ich habe aber leider was vergessen. Ich soll noch wieder weg. Ja. So cheap. Ja, das ist doch nix. Ne. Äh, ja. Bis morgen. Jo. Bis dann. Tschüss. Bis mal. Tschau. Äh. Scheiße. Moment halt. Der Knopf. Der. Ja, ich habe so viel runter gemacht, ich weiß. Nervt er denn jetzt. Toll. Da reißt er das Ding da hinter sich her. Krass. Hallo. Hallo. Der kann aber Gas geben. Alter, der gibt aber richtig Gas. Was ist denn mit ihm? Guck dich das mal an wie der Alter. Ich glaube, da ist das Ding so hoch eingestellt, was? Da kennt er keine Halt. Ach so, macht er. Hat er sonst nicht gemacht. Das ist in Verbindung mit dem Fan, muss das sein. Reißt das Ding einfach hinter sich her. Hallo. Jetzt, der war, da war wirklich irgendwas nicht richtig. Scheiße, ich dachte schon, ich kann richtig jetzt. Ey, du limmst runter von meiner Wiese. Ach so, ist ja dein Spielstand. Ja. Die ist toll, die Wiese, ne? Die ist so gut. So gut. Hat er ja heute schon Cola? Ja, aber nur ein bisschen. Wollte die Cola auch bewahren. Und heute Abend, wenn ich Dings ins Spiel. Ach so. Was für Dings? Ja, die heißen das noch. Ich vergesse das immer. Storm in Skies. Ach so. Ich dachte, wir spielen ja. Ne, wir spielen doch jetzt Storm in Skies. Das ist ja im Prinzip das Gleiche. Nur irgendwie noch ein bisschen hübscher und besser irgendwie. Okay. Ich weiß auch nicht, vielleicht stream ich das. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das könnte peinlich werden. Gestern hatten wir da auch schon mal so ein Ding. Happy greift da einfach irgendwelche Leute an. Und dann ist, ja, weißt du, ich flüchte mal. Hopp. Aber warst du nicht der, der die angegriffen hat? Nein, nein, nein. Ich glaube, ich habe das doch richtig. Nein, nein, nein. Numancki. Der ist fällt drauf. Der ist für die Zwilling von Skiemansky. Wow. Wow. Guck, er schreibt schon zitterig. Beheißen, doch, ich war's. Doch, war er. Ne, ne, ne. Ich kann YouTube-isch. wirklich ein schönes spiel ich bin heute war hier polizist der war polizist was der der dozent heute ach so der hat uns gleich mal gesagt ja macht ihr das nicht kostet so viel macht ihr das nicht kostet so viel erhebt jetzt deine gedenkenheft mit meiner banken nummer oder was nicht gemachte abfahrt kontrolle kostet 50 euro skydor schmorgen naja auch das wird nicht günstiger alle wollen sie kohle haben grafikkarten update war aber trotzdem irgendwie ist es immer noch die die das ab und zu wird das so hier auf wenn ich spiel haben es irgendwie kaputt gemacht habe ich seit dem letzten update da habe ich zum beispiel beim platzieren wenn du sachen platziert und so schlieren und so ihren habe ich auch aber ab und zu ich meine muss man echt darauf achten aber aber zu sehe ich dass ich da vorne guckt das hat denn so ja einmal so vergriessen hatte das bild haben sie wieder irgendetwas verkohlt der riken moin hei sei grüß hallo das ist ja auch immer was kaputt machen müssen ja schreibt das las und bei gelegenheit können sie dir eine neue tasse schicken das habe ich meine andere tasse schon egal scheiße fast im zaun rein alter wie sind wir cosplay ja doch ja ja aber ein minimum halten und also ich lasse da immer den drescher mit fahren und so oder oder mal so anpflanzen und so was nicht das mache ich erstmal kurs aber wenn ja immer raus mit die fragen vielleicht hat er im chat die immer noch hilfe baby war das baby so beim fahren ja ich habe das auch von irgendwas auf und zu geben meiner unterschiedlich dann nie du kannst nur einmal springen pro runde aber ohne hallo hier ist es gerade auf das flackern das ist das einstellen kann dass der drescher stehen bleibt ja machst du escape warte ich springe den drescher mal rein stop bomb bomb hier up escape dann gehst du hier auf dieses curseplay einstellungs ding scrollst ganz runter und dann hast du das hier habe ich auch aktiviert dass der drescher selbst abtankt habe ich aktiviert dann erkennt er dass wenn der andere trecker mit einem abhänger da steht dann fällt er automatisch hin und macht den leer und du kannst ein zwei der unten stoer ablage dass du die vorgewendet zum beispiel keine stoer ablage ein geiler tag das freut mich für dich solle pur das stimmt da habe ich mich heute morgen schon vertan gleich beim einkaufen schön hoodie an geh raus oha was hier los Sven moin hi und dann faulen sie ja ja ist auch gut ich war irgendwie die ganze zeit unterwegs nur naja aber das ist manchmal so ich bin ja morgen und übermorgen drei frei frei hat es eingestellt perfekt ja dann viel spaß würde ich sagen für mich immer eine gute hilfe dadurch schaffe ich viel mehr ich muss mir da ja auch noch was machen ich weiß noch gar nicht was da gibt nur ein paar nüdelchen oder so wahrscheinlich bock auf nudeln mit ketchup das ist was einfaches so gar nicht völlig unkompliziert oder hatte auch schon lange kein rührei mehr auch einfach ketchup rüber und rein damit in die figur ich habe mir heute erst mal frucht wo der gleich so bock drauf gehabt die kleinen racke ein wurzwerk der ganze pakete treu stück in verschiedenen fruchtrichtungen nur für afrikose machen ist oder ist nicht meins klar mit banane denkst du denn er wäre natürlich das ist aber noch kirsche mit bei irgendwie so vanille banane da warst du ein hellgrünes himbeere fruchtäffchen was das was sind fruchtäffchen kiwi ne kiwi ist da glaube ich gar nicht bei das hellgrün ist irgendwie wie was vanille banane ist das meine ich kiwi habe ich schon lange nebenher gegessen könnte aber auch mal wieder ein stelle die kiwi verputzen apfel ich glaube apfel ist da auch nicht bei ne zweckigsten essen doch der schwimmt ja auch immer im pool rein der weicht auf kannst du mit dem strohhand wegputzen ja Heiz. So, rubbelten das Lenkrad so komisch. Ich frage mich, wo ich die Heuballen lagern soll. Hinten ist da voll, wenn sie eine andere Halle irgendwie haben. Oder gleich auf dem Hof und mit verarbeiten und möglichst viel Misch oder machen. Ich weiß es noch nicht. Hinten ist noch mit bei? Wobei, muss man auch schon wissen, dass das denn die Fruchtart sein soll. Einmal der originalen Frucht, nicht ganz so viel zu tun. Wie viel Frucht ist da drinnen? 0,001 Prozent. Irgendwie so. Aber egal. Schmecken soll es. Das ist halt ein Zuckerding. Einfach mal gönne ich mir das manchmal. Einfach mal habe ich mal Bock drauf. So. Ja, Leute. Ich glaube, das ist aber Essenszeit.